so blog von gestern ist geschnitten war das kacke heute bin richtig müde deswegen aber auch heute nur ganz kurz mit ankündigung ich bin eigentlich nur hier um ein paar sachen aus dem auto rauszuwerfen damit mein auto wieder leer wird weil da sind noch kabel mikrofon und alles drin das lade ich jetzt einfach kurz aus und dann läuft die karre wieder da ist mir doch glatt was eingefahren was ich noch gar nicht gezeigt habe in einem der letzten blogs habe ich ja die box hier der gerät auseinander gebaut und mitgenommen kurz zeigen wofür wir sind jetzt vorne und hinten so schlitze drin die ungefähr drei millimeter tief sind da kommt dann moment da kommt dann quasi dieses gummizeug hier rein und dann sieht das nachher schick aus mit dem orange zumindest sehr original finde ich geil passt sehr gut sieht gut aus und machen wir so ne ich mache mich jetzt aber direkt wieder auf die socken auf nach hause vielleicht gibt es noch ein eis oder so habe ich lust drauf so Geh, 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 Geh! So, wieder zu Hause. Ich glaube, es ist sturmfrei. Das ist ziemlich geil. Ich weiß noch nicht, ob ich noch was mache. Auf jeden Fall früher schlafen gehen heute. Ganz schlimm, ganz schlimm. Ja! Bis zum nächsten Mal.